hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft mit gino mit herr typ und johannes bauke ja ich war nach zwischendurch ist wieder bei mir zu hause mal eben das inventar abzuladen und mache mich wieder auf dem weg zum guten johannes zum guten johannes stich gelassen und was ist wenn ein böser johannes ist ich wusste nicht ob du schon länger zurück gelaufen es gibt ja der böse nacht holen spaß ja bitte würde ich hole nur das kann das wollte ich doch behalten so das wollte ja gar nicht weg mich wundert sich habe noch nie in minecraft ein haie gesehen es gibt doch keine haie freilich gibt es haie die gibt es nicht ich weiß nur dass es im ozean gibt es im ozean ja wie geil ist das denn es gibt normale fische ich habe ein delphin gefunden schon aber ein hai noch nicht ich habe gerade eine unterwassungsflucht geil da habe ich jetzt mal gleich gleich eine frage an euch also ich habe euch ja schon mal meine stadt vorgestellt nein mal mit den hochhäusern habe ich euch ja schon mal ja 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 hättet ihr bock mit mir in die für diese stadt ein zoo zu bauen da hätte ich eher das aquarium wo man quasi kann ja ist ja mit ist ja in dem zoom mit drinne da müsstest du aber irgendwie in server stellen das wäre nicht das problem das könnte man ja regeln aber ich sage ja leute meinen habe ein kostenloses aber jeder jeden zweiten tag wird ich komme ich mal auf mit werbung machen das wäre doch eigentlich eine praktische oder eine coole idee leute aber das ist eine krasse oder eine coole empfehlung mein haupt wenn in schnellen games aber es wird das ist nur mein haupt das ist unser server und bieter der uns sogar robot gibt ihr pfeife gut zu wissen nein wieder mitkommen er kämpft immer noch mit seinen hühnern noch zwei kilometer ich hatte zwei im bin eben war nämlich zweieinhalb entfernt nur so nebenbei ich gehe wieder nach hause ich bin jetzt 846 blöcke noch von zuhause entfernt das dort hattest du genug komplett müsste durch durch sein ja wollte dem brauchstand noch mitnehmen der in der kirche hier steht ob die kann man gar nicht mit neun oder probleme aus woher spielzeug ist es schön wenn im discord leute müssen wir nehmen discord bei jedem namen von karlsquad ein grüner punkt ist was bei mir wird bei mir sieht man das nicht wäre wäre wer redet bei mir schon ich habe das abgetreten ach wegen bestimmt wegen euro truck simulator ist da nicht angezeigt wird aber ich weiß sowieso wer redet also wer hat wer warten dass karlsquad geredet hat wer ist denn das immer zu guter redet stimme aus dem hintergrund machen wir kurz ein screenshot seht ihr doch schon wie eine arschbombe ja bin fast da ich bin auch gleich da ich wollen wir gar nicht haben hallo reise im golem hätte ich jetzt okay ich hätte das ist noch ein flash flash bonnie eigentlich platt gemacht ja direkt bei dem door ist eine große schlucht da war ich schon drinnen da war ich schon drinnen glaubt du weißt doch gar nicht bei welchem dorf ach so bei denen im tropenwald da war tropenwald genau bei denen in der trockenen savanne war auch ein schwein wir haben ein riesiges dorf was noch nicht gelungen bringt ihr mir eine katze mit ich karriere essen zwei schluchten kraften deutschen eimer und bringt mir eine katze mit tut den einmal rein ja okay oder so ein korb mit decke drüber und stellt sie mir vor der haustür so ich habe jetzt eine brücke wieder dass mir die gleich eier legen ach so warte ich habe aber kein fisch hast du fisch leider nicht so hier sind die hunde wieder dass die wölfe die ungezähmten also bei stilix bin ich schon mal den sein haus ist nur noch 45 blöcke entfernen 45 meter sorry dann bleiben die mal da drin so das heißt wir haben jetzt hühner eingesperrt und wenn die eier legen dann sagen die trichter die darunter sind das automatisch ab und das heißt ich stelle mir das gerade in echt so vor wie sind das hund als rauskommen die lecks auf kopfkino kommen sind noch alle da 1 2 3 4 große hühner und zwei kleine ja wir wollen da jetzt alle raus haben die kunde nicht raus nein ich habe auch was für dich wenn wir wieder da sind was denn ein schmelzofen nein doch sage ich doch der kann ihn gebrauchen was ist das eigentlich der blast wenn das noch ja auch man kann sogar die karte vergrößt damit und das ist ja mal cool schniedetisch habe ich jetzt auch was soll ich denn sagen 4 was wollte ich jetzt sagen verdammt können wir dann die ecken stellen warum ach ja johannes pauke ich wollte ich immer fragen was denn und zwar hat der liebe stilex vorhin eine schandtart gemacht welche was mit in der aufnahme ach dass die hat er deinen privaten namen gesagt ja da wird das eben raus die minute und ich will nicht schneiden du machst einfach ein piepton drüber und gut ist ja muss ich das auch machen ne weisse lass mal alles gut bis ich glaube bis ich das gefunden habe ja also ich glaube so wichtig ist das ist jetzt auch nicht aber es sollte halt nicht zur gewohnheit werden noch nicht nein ich sage mal 1 solange ein nachname nicht im internet rum geht ist alles gut aus wer will ich glaube erst so die der frank oder so ach ja waffen schmied ah ja ein eisenschwert mit haltbarkeit und bann ne 14 emeralds ist ein bisschen teuer ja ja überlege ich mal ne für elf emeralds ist günstiger geworden bringt ihr mir noch ein paar bücherregale mit also bücher halt braucht das zeug so darf ich jetzt mal kurz was fragen nein ja bitte wer macht überall hier von bäumen die stämme weg ich nicht nein sagt jeder nein weil irgendwer machte die ganze zeit wenn er dich in meinem haus ist war dann mache ich nicht bei meinem haus habe ich nämlich das ganze rundherum gerodet ja ja bei dir ist ja kein problem aber da bei mir in der nähe da fehlen ständig stämme ne also ich habe ein alibi das habe ich dich vorhin auch dir vorhin schon gesagt ich habe nur den baum ja ich weiß an dem weg weg gemacht ich weiß ja johannes ich weiß nicht wir waren ja unterwegs wir sind waren ja unterwegs ja der johannes der war gar nicht da ich habe auch ein alibi ja irgendwer macht hier wer könnte das sein also ich kann nicht ehrlich sein ich habe ja bei mir bäume angepflanzt deswegen aber das sind wirklich alle ehrlich jetzt mal ernsthaft kannst du mir mal deine koordinaten sagen bitte meine koordinaten sind ähm minus 300 äh minus 1390 erzähl doch keine lügen das ist doch eh ja äh äh dann bei der y y ist das 67 aber das ist ja eigentlich egal ja und z habe ich 2.241 ja sag mal leckt er nur bei mir so rum oder bei euch auch machst du johannes die stimme ja ja leckt bei mir genauso ok confirm das hier kann gelöscht werden leck dir doch ein ordentliches internet zu man johannes das habe ich aber ich habe vier tabs am gerade auf ok oh du bist gar nicht so weit von mir entfernt ich lade gerade vier videos gleichzeitig hoch also ach ja das ist dann wahrscheinlich der Punkt what the fuck was habe ich hier für einen pfeilen grauen pfeil darf ich den mal auf den herrtyp schießen so ich bin gleich da nicht mehr weit ja darf ich mal kurz Herr Typ das macht bestimmt nichts schlimmes jetzt legen die die wollen mich doch verarschen oder wer jetzt gehen die Hühner da rauf und stellen sich da rauf und nicht auf die Trichter und jetzt legen die da keine Eier rein Alter sag mal geht's dir noch gut ich wollte so ausprobieren was ist denn das passiert Slonis ok na gut was hast du gemacht ich habe so einen grauen pfeil auf den geschossen auf den danke auf den blöd man ja jetzt habe ich kein schwarze bei wem kann ich ein bisschen holz holen ach ja ich geh auch mal in den schwarz Dings Wald ich bin am Dorf da ist irgendein komischer Zombie waren da nicht irgendeine noch so Reste von dem Baum so Herr Typ wo macht wer jetzt Stämme weg das will ich jetzt mal wissen warte ich zeig's ach hier ist das für ein Zombie mit Hut da ist ein wer bist du denn ja der ist komisch ach 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 pennen oder was los ja gute Idee ich kick den Villager raus hau ab also ich schlaf heute bei Herr Typ ne Spaß äh ich kann mich nicht unten kann ich nicht pennen das Monster in der Nähe haha so oben liege ich im Bett sehr schön warte ich liege gleich auch im Bett da müssen wir das halt ne jetzt sag mal ey ne ok die kleinen die kommen da sowieso durch aber äh äh kannst du schon wieder vermehren ja ciao ja Typ mach hinne ja ich hab jetzt vier Hühner und äh sag mal ja hast du jetzt ein bisschen gekickt worden wegen Spam ja geiler Typ geiler Typ wieso weiß ich doch nicht ich muss Kühe für mehr ich bin ein Profi drin gönne ich denen meinen Spaß und es vor den Schnitzel so oh mein Haus da drüben muss ich auch mal weiter machen hab ich heute schon mal gesagt ich geh erstmal nähter ja obwohl soll ich lieber die Diapostpanzer aus ach komm wird schon nix passieren so oben ist jetzt kein Huhn mehr jetzt ist nur mal eins draußen das müssen wir noch rein machen ich hab wieder 20 Level wenn ich jetzt im Nähter sterbe wäre ich ich sauer ach so die kleinen kommen da wieder raus ach die kleinen Babyhühner die sind kann man die nicht größer machen auch ach du kannst sie füttern dann werden die alle aus stell dir das mal vor ein Baby kommt so weit kann man das ja mit größer machen äh da passiert bei mir aber nix die werden nicht größer ja da kommen noch so grüne Packstikel ja oh er sieht den Samen gibt es da müssten die wachsen portal wo ist eigentlich die Gast da bist du 1 2 3 4 ja hier bin ich runtergeflogen da unten drinnen lagen meine Sachen oder gehen wir weiter soll ich wieder Glossern holen äh ja für 1 Mark ey Quarz bringt echt viel Level ja gut gehen wir weiter geradeaus du läufst vor das muss ich dann halt später wieder dran machen aber hier ist übrigens die Schluchte die ich vorhin meinte achso ähh ui oi o oi o oo oi o 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 � andere hinten wollen wir da reingehen okay weiter ich glaube dass wenn der bessere idee wenn wir über die bäume gehen würden ja und nur ich jetzt mal da ist da ist die gast so der gar meine ich doch mal ich treffe doch nicht das war ich nicht das eigentlich blöde kuh hat so ein scheiß pickman geschlagen oder verbrannt ihr wisst schon wo kommt das eigentlich getroffen wo jetzt sagen rechts oder geradeaus wird sagen geradeaus oder das hätte ich jetzt auch gesagt weil da vorne ist wieder schwarz eigentlich mal dass man doof geradeaus durch den wald doch lieber alles ist gut jetzt ist gut ich helst nicht aber es ist eigentlich echt schön drin aus so ich habe ein bisschen quaz kristall ein stück ja und der wo hoch ist der weg hat er ist leer schade was ist jetzt schon wieder hast du das neue veränderung gefunden ok er ist schon wieder weg gerade mal kurz ich bin in der höhle gefallen warum ich bin grad hier irgendwo in der höhle rausgekommen hier ist eine eisentür und hier ist auch so ein hier ist so ein miengang unter mir ach das hast du gebaut oder was nein ich war da noch gar nicht ich laufe dem wo bist du schon wieder das ist genau neben dein haus ja 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 komm herr typ hinter dir wo müssen wir jetzt mal hin kommst du jetzt das hat auch stile x 100 prozent gebaut was habe ich gebaut ja klar was habe ich gebaut das das macht doch nicht mein stadt und vor allem ist hier unten irgendwo ein minengang wo bist du ich bin in deinem in deinem berg ist ein netter portal wo bist du in deinem portal was du da gebaut ist das warst du hundertprozent du ja das habe ich gebaut ich dachte du bist in der hölle aber da habe ich nämlich nicht aus und glätt die scheiß gas hat mein schwert komplett kaputt gemacht so und hier würde ich sagen machen wir dann schweinestall her mein weg sieht echt schön aus so aber pass sie wir gehen jetzt da vorne längst ja was ist ja würde ich auch sagen hallo was was los brauchst du die fläche da welche fläche da wo wir jetzt sind das bisserl da das bauen oder ja ja gerne kannst du behalten warte 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 hier was los pass auf da ist dein vertrag da ist die unterschrift und da ja da ist noch die genehmigung so ach ok danke gut aufheben ich werde ich höre ich rufe das bauern dann ja passt macht mit welchem telefon mit den schnitzel was ich in der hand habe auch sehr gut ach nee ist ja ein steg ein steg ja ich sag dazu stelle so leute klar ich bin bei 32 minuten das heißt bei mir warst du für diese folge die anderen alles sagen tschüss wieder 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 ja und dann bis zur nächsten folge und tschüss wer ist hier im kracht am draufgehen ich so zack 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 stilex wo bist du hier hier ja ja richtig alles klar so ich bin dann fertig heute was ich habe schon so viele folgen die schon nicht hochgeladen habe egal ob 13 14 folgen nitro hier auf der festplatte liegen machte nix wirst du macht ja eigentlich immer direkt hoch das ist von meiner upload zeit sehr unregelmäßig aber es kommt ja darauf an dass man content bringt und das ja so da würde ich sagen veraufschiede ich mich für heute da geht wirklich ja alles klar einfach im stich ne ja ja wieder eine biene ist irgendwo ein bienenstock das machen wir nächste folge keine ahnung wo ich auch nicht was für eigentlich noch mal und das ziel dieser expedition ach ja stimmt ja slimes und eine regenwahl ja genau gleich und dschungel wir haben immer noch nichts davon erreicht sind knapp wir sind 3,3 kilometer von unseren häusern entfernt na toll hey da steht schon die erste millione session so dann werde ich mich jetzt so warte wir sind jetzt alle schon groß ne da ist noch ein babyhuhn 1 2 3 4 5 6 7 was macht denn das da hinten langsam muss ich doch mal im dschungel kommen ey und wer nervt mich jetzt gerade auf steam ey das huhn geht da nicht raus es steckt fest wie ma ah ja ich hasse tiere in minecraft teilweise auch blödes huhn jetzt geh raus da so das gibt es doch nicht jetzt kommen da die eier wieder rein so und wenn die hühner endlich groß sind dann kann ich die da nämlich oben rein tun ohne dass ich die in irgendwelche wenn du da jetzt wieder rein gehst ich sag's ich bring dich um ok gute idee so äh aber gut dann war es das auch für meine folge wenn es euch gefallen hat würde ich mich riesig über ein like und ein abo freuen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin tschau tschau so Untertitelung des ZDF, 2020